Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren CS-Go-Battle, mit mir Tor-Wolp, mit dabei ist der TheShock-LP. Jo, willkommen zurück. Und wir spielen heute mal einen anderen Modus, und zwar Wettrüsten. Ja, und hier müssen wir einfach den Gegner töten, dadurch leveln wir unsere Waffe hoch. So sieht's aus. Oh ja, hat mich der Ralexo hier schon mal schön getötet, mit so einer doofen Waffe. Was für eine Waffe hast du eigentlich? Die Standardwaffe, die allererste, ne? Ah, da hat er mich. Also ich bin ja schon level 3. Ja, wo seh ich denn welches Level ich bin? Siehst du, ganz oben, ganz oben. Achso, ja, ja, ich auch, siehst du. Irgendwas schießt da. Echt? Nein, glaub ich nicht. Halt dich für ne Lüge. Nein! Hei, wo? Ja, was? Äh, ich hab dich da unten rumlaufen sehen. Nein, mir wird dein Name angezeigt, wenn ich auf dich ziele. Never. Doch. Du sollst mir jetzt nicht mehr zu nah kommen, Alex. Achso. Ja, das ist so. Oh oh. Oh fuck. Nein! Alter, sprach. Ja, Alex, du sollst mir nicht zu nah kommen, wie ich bereits gesagt habe. Nur Schottis sind. Ich bin halt ab. Ach, hab ich ihn nicht gekriegt. Ach, hast du mich getötet auch noch? Oh doch, ich hab noch, ich hab den Kill noch gekriegt. In der Sekunde, in der ich gestorben bin, hab ich den Kill noch gekriegt. Nein! Alter, wieso? Wieso rennst du denn auch bei mir in den Spawn rein, Alex? Nachdem du mich gerade getötet hast? Was denkst du denn, wer da auf dich wartet? Was? Ah, Mann. Ja. Weil du deinen Kopf da irgendwie so rausgestreckt hast. Das wird eine ganz kurze Runde, glaub ich. Du hast es geschafft. Wollte ich jetzt nicht sagen. Naja, Level 14 von Pan 20 hast du ja gesagt, ne? Ist Level 15? Ach, hat der... Na, au! Miss Sniper! Hö, von wo, von wo, von wo? Was? Du sehst ihn denn immer wieder? Mein Gott, ich sehst ihn mit Vollgold in den Späten. Alter! Nein! Hast ein Headshot? Mit... Was... Was ist das für ein Faust-Symbol? Was heißt das? Weiß ich nicht. Was sagst du mir? Ja, ich weiß ja nicht. Ich frag ja. Was? Aufmerksam. Aufmerksam. Ich will nicht sterben. Ich will töten. Und zwar den Gegner Relixor. Ach komm, dieses MG ist so unpräzise. Aber egal, du bist fast tot. Wieso? Gegner! Alter, mein eigener Teamkamerad wollte sich verfehlen lassen oder was? Nein! Ja, Level 14 gegen Level 20 ist schon... Gewaltigung. Da, drum, drum, da, drum... Nein! Auf! Nein! LoL! What? Ah! Ich bin gegen der Arme, der ist voll umgesprayt und so. Ah, hier hat noch voll viel Leif. Oh, ne Sniper. Ach, Gegner, weil ich so... Ey, ich hatte ne Knarre. Jetzt holst du voll die Level auf, weil ich ne Knarre hatte. War der Bot? Schott! Nein. So, 17 gegen 21. Alter! Der Bot, was geht mit dem? Wieso kann ich mich nicht... Einiges. Na los... Räum auf... Na, Alex? So viele Level gibt's nicht mehr, ne? Ne. Wie? Das hast du grad tot? Ja! Okay, mit der UMP in den Kopf rein. Jetzt hab ich diese tollen Dualbrothers. was alles wie offensichtlich stellt sich hin wenn ich fragen darf jaa komm bot herrölt Alexa hat einen hat was 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 hab ich einen kleinen Penis hast du ah verdammt nein hör auf das ist nicht exakt so wie es mir vorgestellt hatte nein alter ich töte grad keinen mehr wo sind die denn ah das sind die boah Alex geh mir nicht auf den Sack jetzt was wo 21 alter wow nein du wie bist du da hingekommen alter ganz viele bots ey ganz ehrlich das ist gar kein Spaß mehr wie soll ich das schaffen wir hatten Messer alter so viel leicht baum und damit habe ich gewonnen und ich würde sagen vielen Dank fürs zuschauen äh 27 27 24 24 9 die bots sind schon schlecht und ich würde sagen wir hängen noch eine Runde dran oder das ging jetzt doch relativ schnell genau so schauts aus und dann gucken wir mal ob das vielleicht an der Map lag oder ob ich einfach besser bin ach äh ich geh wieder als äh counter-terrorist rein also anti-terrorist und äh Alex geht wieder als terrorist rein macht ja keinen Unterschied von Waffen her bei mir steht die ganze Zeit nur Lade im Vorgang läuft das geht gar nicht bei mir steht Ressourcen werden initialisiert ach so das spieldaten werden initialisiert ja ich hoste ho-hoste jetzt sag ich auch schon hoste ich hoste nämlich den Server ah hoste hoste äh antiterror jetzt gibt es hier noch eine Aufwärmphase 25 Sekunden los, los, los na gut kannst du auch mal rein alter ach komm hopp er zählt die Kills ja immerhin schon auch wenn die im Endeffekt nicht mehr in der KD sind weil er gleich wieder bei 0 anfängt aber immerhin so spiel startet in 3-2-1 Alex wie siehts aus? du bist drin sehr schön wieso hast du schon drei KS? ich dachte schon die Stats würden schon gelten ja weil ich ganz schon gut bin Alex deswegen hab ich schon drei KS oh ich liebe diese Maps dort gleich mal nach warten ach IAN 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 muss mich schon wieder auf den Sack gehen na wer wo ist da hin? natürlich bin ich Spawnschutz ja Alex weil nur gespawnt bin weißt du deswegen ja mit mit so einer komischen scheiß Maschinenpistole kann er mir doch nicht den Kopf wegblasen ey welcher wer der hat äh ach komm leck mich doch am Sack hier jetzt das gibt's doch überhaupt nicht ja 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 genau wie die abgehen diese scheiß Bots Alter schon wieder run run weasley ey das ist alles mal ja ein Reinixo killed mich das gibt's doch überhaupt nicht diese Map ist so scheiße ne die Bots sind einfach nur scheiße ja NO leck mich doch am Arsch das geht mit dem das geht mit dem ich geh mal einfuhlen ja mal der Wixer der ja wot wie hast du mich gefunden kleiner ja du bist der der am auffälligsten rumläuft du guckst nicht du läufst nicht rum wie so ein Bot du läufst voll auffällig rum da geht doch Ron 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 Weasley ah sehr nice der Spot ja komm der Bill der Bill geht mir auch schon wieder auf den Sack ne Alter ich schieß mit der Schott kann rein den der Bill soll immer seine Rechnung bezahlen haha lustiger Witz weil Bill gleichzeitig Rechnung heißt ah du Bastard Bill schon wieder Rai Lixo schon wieder AHHHHH jetzt schau doch ich hasse diese Bots eigentlich ohne die wär ich jetzt äh noch äh viel besser und so nein ohne mich äh ohne die wärst du NETÜRLICH KILT MICH DIESER SCHEIßBOT wie viel AP hat der noch bitte 2 Alter never ah jetzt hast du mich eingeholt ne jetzt gibt er mir nen Headshot Alter Alex was ist los mit dem NETÜRLICH KILT MICHT 8 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 9 8 9 9 9 9 8 10 11 10 10 9 10 10 10 11 Wo? Die versorgen wir noch von den Taten, wo? Was geht jetzt, ey? Oh, ich hab noch meinen Tief verlegt, bitte. Hallo, Alexo. Boah, wieso stirbt der denn nicht? Mann, was ist denn da los? Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's nicht! Alter, was haben die neuerdings für ein Aim? Die waren doch eben voll kacke. Jetzt holst du mich schon wieder ein, oder was? Jetzt bist du zwölf. Ja, killst du mich mit die... Jetzt hast du auch schon mal eine Mafia. Das ist unfassbar manchmal, ne? 13. Ich will jetzt hier mal ein bisschen abgehen hier. Was klappt damit? Loll! Maus! Wieso geht die Maus nicht mehr? Nicht deine... Das Batterie jetzt leer, oder? Wieso spielen denn alle immer mit Funkmäusen? Ich verstehe das sowieso nicht. Ähm... Keine Ahnung. Die romportabla und... Besser... Nee, es geht nicht ehrlich deinem Maus. Maus, wenn die jetzt nicht geht, schwächt sie. Die wird langsam leer. Ja! Wieder mich mit ner AK angeblich... Nee, mit ner Farmer sogar nur tötet. Ach. Genau. Nein, jetzt fällt schon wieder die Maus! Ah, ich glaub ich muss nur ganz kurz... Ich glaub die Runde verliere ich, weil... Ich muss jetzt zur... Runterrennen. Im Keller. Ne, es geht nicht. Ey, diese Bots... Was ist mit diesen Bots los?! Alter! Ja! Ganz herrlich! Ja! Ganz herrlich! Jetzt ist sie komplett leer! Ja! Jetzt ist sie komplett leer! Wieso spielst du denn auch mit ner... Du kannst doch nicht mit ner Funk-Mont... Die ist grad jetzt leer gegangen! Ist er doch nicht? Wow! Ich hab mit Mg und krieg noch ein anderes Mg, was sich genau so scheiße spielt wahrscheinlich. Ganz herrlich! Ich... Ich äh... Leider kannst du sie auswechseln, auswechseln. Auswechseln. Ja, es tut mir doch sehr leid, aber da kann ich jetzt irgendwie nicht groß drauf Rücksicht nehmen. Ja, okay. Also ganz ehrlich, diese... Diese Bots gehen mir so übel auf den Sack. Good one! Good one! Good one! Good one! Na komm, jetzt haben wir's aber auch gleich hinter uns! You got it! Ja, ja, du scheiß Bill! Dieser Bill... Dieser Bill ist immer noch bei der P90. Hahaha, noob! Trotzdem geht er mir auf den Sack! Oh! Endlich! Soll ich noch einen holen? 316! Alter! Was machen diese Bots? Die machen BOMM! Tot! Jetzt muss ich jemanden mit der Sniper töten! Jetzt, wo die Bots sind! Ne, musst du nicht mehr! Jawoll! Damit hab ich auch die zweite Runde gewonnen! Wobei die erste ehrlich gesagt fairer gewonnen war als die zweite, aber... Na gut! Ich würde sagen vielen Dank fürs Zuschauen! Und wir sehen uns morgen wieder beim nächsten High Five! Bis dahin! Ciao!